Ja, hier sollte nämlich ein Kino hin. Der Kui-Butter steht auch schon an oder er steht früher hinten an. So, hier sollte ein großes Kino hinkommen, aber das habe ich dann nicht fertig gemacht, weil ich dann so viel Holz gefragt habe. Wie sieht der denn aus? Wie creepy ist der denn? Ist der ein Dorfbewohner? Ja, als Zombie. Ich sehe hier gar keinen Dorfbewohner. So, okay, gehen wir mal hier rein bei DSDS natürlich. So, hier habe ich DSDS dieses Castinghaus von 2014 hier nachgebaut. Sehr schön, hier ist einfach so ein Raum, den habe ich mir ausgedacht, einfach nur, weil es den nie gezeigt hat. Dann hier, da oben war ja dieser Kameramann, der da immer gefilmt hat. Das hier, das ist ja hier der Vorraum. Da drinnen ist es cool. Die Jury und der Kameramann. So, hier, das sollen die CDs da stellen. Dann geht man hier rein. So, hallo Jury. Hehehe, 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 Eisenkoll und das Jury. Und hier ist der Kameramann. Einer fehlt. Der ist schon gestorben, oder was? Der Kameramann. da kann man doch auch reinfallen jetzt sind ja genau hier das ist das Klavier das soll das darstellen lalala 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 sieht irgendwie aus wie ein Inder lalala lalala okay ja sehr schön dann irgendwo war auch noch der Strand der war glaube ich da hinten irgendwo ich weiß es gar nicht ah ja genau hier ist auch noch so ein Haus was wir alles haben Strollis Anwesen Strollis Sandburg der Friedhof geheime Bude Strollis Wald der ist der ist Casting der ist der ist Rekord der ist der ist Live Shows Rudis Haus Gegner Felsen geheimnisvolle Wasserhöhle das sollte da Hafen und das war's so dann hier war noch etwas ganz cooles ein ein so zu sagen ein so zu sagen also so habe ich mal bezeichnet weil er so groß war da ist man nicht mehr rausgekommen und das war auch so schön hier ich weiß nur nicht mehr wo so so hier ist überall Eisen und und Dings hier hier war nichts okay manchmal könnt ihr auch Löcher oben äh im Dings sehen das heißt dann dass ich dort schon mal war und bin nicht mehr rausgekommen dann mal hier unten sehr schön irgendwo war glaube ich hier auch noch Redstone was war denn hier okay ich habe ein jetzt immer tiefer hinunter hier waren wir über ach das war hier ja genau da kann ich mich noch dran erinnern das weiß ich doch noch überall hier Lava und da Obsidian Obsidian kann man auch ganz leicht herstellen oh ach so ja dann deswegen ok ja deswegen ist mir das nicht so gekommen ok graben wir uns mal wieder raus ah das bleibt zu mir habe ich noch nie mit dem Überlebensmodus gefunden Creative Modus aber schon hier ok hier war ich schon gar nicht was irgendwo kommt hier doch hm ok ich bin gespannt wo ich jetzt bin alter ok da ist das Castinghaus wo war denn der Recall gewesen da eh ich glaube r der war da hinten genau der SDS steht hier denn hier alles ausgeleuchtet La 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 Das sieht ja auch irgendwie ein bisschen blass aus Ich weiß nicht mehr hier um die Bäume zu fliegen ein Creeper Mc nomination ich hab' ich immer zu dem gesagt die Creeper oder creeperische Tiere Die Creeperische Tiere kommen nicht zu aus hat er immer gesagt So, Rudis Haus. So, jetzt können wir wieder das Held. Und das Hingehen. So, also. Gehen wir jetzt. Nein, da gehen wir gleich raus. Das ist Rudis Haus. Da ist schon wieder Ocelots, da hinten auch. Ah, guck mal, eine Katze. Endlich mal eine echte Katze hier. Sonst immer Ocelots. Dann gehen wir, nee, erstmal noch da hinten. Hier. Denn hier geht es zum Todesloch. Ja, so hoch ist das aber gerade auch nicht. Ich wollte noch da eine Treppe nach unten machen. Aber nein, wie komme ich denn hier wieder hoch? Dann, ja. Das funktioniert dann irgendwie nicht. Ja. Warum weiß ich auch selber nicht. Den natürlich, aber. So, gehen wir mal jetzt hier runter. Was ist denn? Boah! Wo kommt die denn? Ah, alle. Ja. Kurz, 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 kurz. Boom, 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 boom. So. Hier ist der SDS Live-Shows. Hier sitzt die Jury. Hier vorne tanzen die da so. Äh, singen. So, dann geht es hier noch, was macht ihr denn die Katze da? Hier zum, Dings hier. Was ist denn? Ja, zum, ja, zum, 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 zum laufen, ja, Gott. Hier melden, Annette und Daniel. Hier kommt man natürlich so hier raus, so. sehr schön da wollte ich noch nicht dahin machen, aber es hat nicht funktioniert so, hier geht es auch noch runter weg, Muku so, hier geht es runter in meine Mine so, ich weiß gar nicht mehr, wo geht es denn hier noch hin ins gar nichts sehr schön, ins nichts hier ist glaube ich auch noch nichts da geht es auch noch nicht weiter ja, in der Mine, hier weiß ich auch nicht, was ich bauen soll, da geht es auch nicht weiter aber eine richtige Mine habe ich schon in einer anderen Welt überall Eisen und hier wird es zu einem Haus zu diesem Rudi zum Rudi Haus, wo dieser Rudi wohnt und Rudi, das ist ja mein Hund habt ihr ja bestimmt schon gehört eben zu dem Hund habe ich Rudi gesagt und der hier heißt Rudi Rudi ist mein Haupthund und hier war immer sein Schlafplatz so Diamanten dieses Bild habe ich eben schon gesehen ja, hier Kiste und alles noch hier Bett und alles